Jetzt kommen die genau dahin, wo ich vorher reingelaufen bin. Da hinten. Ich bin nicht hier reingelaufen, ich bin da hinten reingegangen. Hier bin ich nur vorbeigelaufen. Wollte ich die Wand gucken? Was bin ich? Hi Freunde, ihr könnt sicherlich Deutsch, oder? Hi. Das bin ich? Das war ich wirklich? Oh nein. Und er läuft in meine Richtung, der Trottel. Er hat selber Schuld. Ich bin da zu. Da bin ich rechts vorbeigelaufen. Das hat er gehört. Da hat er Glück gehabt, dass ich ihn nicht gesehen habe. Da hat er mich gesehen. Oh, er hat mich doch gesehen. Er hat mich gesehen. Oh. Das war auch sein Schwein. Aber guck meine taktische Lage an, wie ich abgehe. Hm, ja. Hm, jetzt hat er ein Problem gehabt. Dann dachte ich jetzt, es ist alles easy. Ja. Ich dachte, alles ist easy jetzt. Boah, und die baggen durch die Wand. Diese Schweine über Zombies. Und da ist der, den ich gesehen habe, wo ich dachte, jetzt ist er gleich gefickt. Und dann war er doch nicht hochgenommen. Und ich lade gemütlich nach und denke so, ja, er scheißt sich jetzt in die Hose. Lädt nicht nach. Er nimmt es in die Hand. Cool. Richtiger Noob. Wirklich. Jetzt kommt hier der Move. So ein Dreck. Da bin ich dran. Wie lade ich meine Waffen nach? Jetzt hat er mich gekillt. So ein Scheiß. Hat er mich echt ungenietet? Mit Glück. Das war Karma. Den Homie erschossen. Wer ist mir hinterher gekommen? Was kommt der denn hinterhergejagert? Du wirst mich. Gleich hat er alles. Ich weiß nicht, ob ich blute oder nicht. Ich werde mich erst mal verblüben. Ja. Pfeilen nach unten bedeutet bluten. Luca hat Wasser. Erst mal die noch. Ja. Das ist eigentlich ganz safe, oder? Ja. Was macht ihr vor? Leer. Leer. Oh, meine AK war, weil die auf dem Rücken war, ruiniert. Oh. Wenn ich jetzt getötet werde, nur weil ich Wasser brauche, bin ich so pisse. Wenn das vorhin wird, wird das schlimmer. Da hat er aber mal ein Schwein gehabt, mein Junge. Ne? Ich wollte da durch die Tür kommen und gucken. Auf die Leiche. Ja. Ja, scheiße, passt mir nicht. Ich habe ihn nicht sprechen gehört. Die AK ist geruint. Wie hast du das gemacht? Ja, das ist ein Bug, weil ich die auf dem Rücken hatte und die ist dann an meinem Bein gewesen. Weil du mich zerschossen hast, hast du die AK zerschossen, keine Ahnung, wie sowas ist. Das ist richtig dumm. Und hier hat der da. Untertitelung des ZDF, 2020